Hallo, mein Name ist Andreas und ich bin Abteilungsleiter für die Bereiche Cliententwicklung und Helpdesk bei Servai. Heute möchte ich euch unser Team Helpdesk vorstellen. Zu meinen Aufgabengebieten gehört die effiziente Organisation, Leitung und die Entwicklung des Helpdesk-Teams. Unser Kleinteam stellen wir euch in einem unserer nächsten Videos vor. Also, was denkt ihr, wie so ein Tag bei uns im Helpdesk aussieht? Als erste Anlaufstelle für die Anliegen unserer Partner ist der Helpdesk öfters mal unser Dauerbeschuss. Aber jeder hat seine Superkraft und meistert das. Seht selbst! Hi, ich bin Daniel. Ich bin der Teamleiter vom Servai Helpdesk, zuständig für Schulungen und für das Wohlbefinden meines Teams. Und jetzt kommt der Rest der Rasselbande. Hallo, ich bin Michael. Ich bin seit über einem halben Jahr bei Servai Helpdesk tätig und tue unseren Partnern dabei helfen, durch den Arbeitsalltag durchzukommen. Bei jeglichen Fragen oder Problemen helfe ich dem unseren Partner und tue die Probleme eben ihren Thematiken zuordnen und an unsere Abteilungen weiterleiten. Hi, ich bin Timo und ich bin das wandelnde Wikipedia für unsere Knowledge Base Artikel. Zu meinen Aufgaben gehört das schulende Partner sowie das Unterstützen bei technischen Problemen. Hallo, ich bin der Martin, arbeite hier im Helpdesk, unterstütze unsere Partner über Fernwartung und Telefonie bei komplexen Themen. Hi, ich bin Leon, Auszubildender am Servai Helpdesk. Ich unterstütze meine Kollegen bei der Ticketbearbeitung und helfe euch bei eventuellen Problemen mit unseren PowerShell Helpern. Ich hoffe, ihr konntet euch ein gutes Bild machen. Solltet auch ihr eine Superkraft haben und gern Teil unseres Teams werden, schaut doch bei uns im Karriereportal vorbei. Helpdesk, was seid ihr? Auhu, Auhu, Helpdesk!